Wenn es der Sicherheit dient, dürfen wir Grundrechte einschränken. Bullshit, Christian. Grundrechte sind für uns Grundrechte. Und die sind nicht verhandelbar. Wir dürfen noch nicht die Leute massenhaft überwachen, sie einsperren, foltern, um zu Aussagen zu zwingen. Wir müssen aufpassen, dass die Grenzen nicht verwischen. Körperliche Unversehrtheit, anyone. Was wir brauchen, ist eine liberale, freiheitliche Politik. Eine smartgerechte Politik, bei der wir ganz genau hingucken, dass wir nicht die Freiheiten aufgeben, die wir eigentlich verteidigen wollen.